ja hey willkommen mein name ist der nero lp und ich würde euch zurück zu let's play genji days of the blades in der letzten folge haben wir mit joshizu gegen ein paar hundert gegner gekämpft weil er irgendwie da in so eine barriere gefangen ist und die beiden wollen jetzt versuchen meinen anderen eingang zu finden glaube ich nicht aufgepasst man ja dafür müssen wir so einen geilen weg finden soll ich dir jetzt mal kurz jetzt zurück und gucke warum ist die lampen gegen gesprungen weil sie der gegner die mensch klappmacht noch mal nicht wort er bis ab alle gerade auf mich geschossen habe ich nicht so gefallen bei einem sorg von denen ich irgendwie erfahrung also bekommen wir ab zu pro heute mal hier gucken waffen stärken sie braucht 2.500 nur ok er braucht 4.400 macht den mann noch stärker ja da würde ich mal gerne was 30 110 ja dann tun wir mal ein aufballer nehmen kann 2.500 ich hatte ich jetzt der punkt gelaufen ja das hat es gebracht hat jetzt ab design geändert habe jetzt nicht so drauf geachtet ja stärker von 50 aber jetzt nicht mehr angefangen glaube ich nicht wollte ich gar nicht machen okay ja sind wir mit einer kommung weg weg doch schon mal ich habe jetzt dadurch die tür aber gut wie sie jetzt mit einschlag so total schießt überhaupt jetzt immer noch ein dann ist noch kein haben mehr das mal hier rein er kann jetzt nicht mehr reingucken ich glaube das design hat sich geändert weil die ist jetzt am leuchten die waffe ich glaube das war freundlich glaube ich es gibt eine zeitlich begrenzungen und ich muss umsala ich muss irgendwo da drinnen man hat wenig an da ist er unten aber noch was ich guck mal hier unten mehr neugierig also noch diese ja genau diese typen verhandelt eine neue waffe heilig ist geil was du schon tot oder auch vom berühmten asiaten gesagt stehe auf man ja ich möchte gerne ein paar punkte haben ich noch mal so irgendwie 7000 oder so vielleicht noch mal ihre andere wache hochlägen wo ich die ja eigentlich nicht so oft nutze also wenn ich die dreieck angriffe mache ich war jetzt zurück ja bei allen ok warte immer noch ein paar stunden ich muss mich noch hier umgucken hallo neue sache das war noch nicht vielleicht kann ich jetzt hier durch das wird gesamte spiel ist irgendwie nur hier in diesem schloss mit dem tempel stadtverteurer weil ich hier noch viele wege wo ich nur nicht weiß wann ich die öffnen kann so wer wartet da unten ja auch immer da unten jetzt wartet hier kommt sehr schön ich nicht überraschend wenn der in solchen ja einreißen kann dann viele von diesen typen die auch mal kaputt wollte sagen klein hätte ich auch sagen können genau wenn wir die ganze zeit was sage ich da doch 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 verlaufen der trotzdem kreis gemacht hat ja man kann auch kreis so machen wenn es aber irgendwie nicht weil die da richtig kaputt gehen vielleicht kann ich echt noch ein bisschen erhöhen manchmal weil ja dann wenn solche angebot noch viel stärker kannst du sagen und du auch gucken die waren es kommt der mächtigen wasserkreise dann kann damit r2 und jakan na ja wenn man blocken und irgendwas anders drückt dann kommt noch andere angreifen wie zum beispiel genau aufladen ich glaube ja geil im ausprobieren bei gegen reich aber sie ist ein bisschen schnell auf dem bein der wunderschönen bein das wo ist der blöd das ist wagen weil er unter abgefangen das ist mag ich mal offen damit und dafür gibt es jetzt ein kombi angeht nein die schon wieder so was ich mache sie jetzt damit fertig schnell freue ich sie nicht kaputt gekriegt mit dem handlaufen von dem block einfach und gut ist folgen die säule gehämmert aber man wir sind beide ein bisschen tot bei es war ja ich mal ob es das bringt es jetzt hier manchmal konnte ich nicht so kaputt machen der katsch hat waren diese säulenlinge erstmal zurück gehen und schreiben das wäre glaube ich besser und ist immer noch ein arm hocken so aber frisch heilen den runden auch kaputt machen so wer wartet da unten hier ist bänke schon wieder ein hat mei wie und wer schaden genommen man der hoch ist das ding mit einstieg weg müssen nicht einsammeln oder haben wir jetzt wieder wir haben schon wieder 7.900 ok krass kann ich jetzt dahin war immer so hart manche andere vorne aufbauen wenn ich möchte ja ich weiß für die die jetzt das gespiel kennen ist schon wieder hier so warum geht uns zurück da ist nichts weiß ich ja nicht ich weiß ja nicht ich weiß ja doch nicht man noch alles mal gucken weil ich so einen blöden schlüssel er übersehen habe konnte ich ja nicht weiter kommen ich nehme an ist man da oben hin auf mich gibt es irgendwann mal so ein shop keine ahnung welchen reden mit dem will ich jetzt für joshik zu normalen aber auflöbeln ich habe es gleich genug punkte noch jetzt so nehmen wir nicht so normale dinger also diese die kp erhöhen können so sollte speichern weil sie mich im speicher machen man weiß ja nicht naja kommt weiß ich so ein riesiger was der mich fertig macht überhaupt schon mal ein boss nene diese einen typen sind da jetzt normale gegner war ja auch mal ein boss aber mittlerweile sind sie ja auch normale gegner da habe ich nicht so einen typen noch irgendwo darunter geschmissen da müssen wir jetzt eigentlich schon entgegenkommen mal gucken anscheinend nicht woher ist der krepp hochgerangen ja ja ok das bringt auf jeden fall ich habe euch im auge auch wenn er irgendwie mich anspringt ok geht nicht so wir sind wir hier so meine ich weitermachen den traditionellen weg nehme ich an da habe ich schon jemand gesehen ich habe die waffe ausgerissen sehr gut Sag mal Ich glaub, der ist tot War ja noch irgendwas Hey, komm hier hin Guck da einfach so Hier ist Benkey Hier ist immer noch Benkey Oh mein Gott Hat diesen Einschlag weg Du hast nur dein Dings voll Was Genau gesagt Jetzt Und dann Boing Soll ich mal wieder andere Woche machen? Und dieses Kacke Finde ich Dum, 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 dum Fuck Dum, 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 dum Buff Dumme voll Leid, die Gegner Kommt so ein Riese mit so einem riesigen Knüppel auch noch Ding einfach zerquetscht Über schneller Ist jetzt gut Von der aufstehe, taue ich den auch noch einer rein Und ich Verpisst euch mal, hier sind ein paar zu viele So, hier hat er auch gleich fertig Nein, da kommt direkt neue Geht weg Nein Boah, da war knapp Da habe ich gerade angegriffen Sehr schön Nein, da täte ich gerne mit dem Sack Danke Oh So, ich kann Eitems mehr so gut machen Doch endlich mal sowas Zum Heilen, danke Da habe ich die andere Waffe auch mal auflöpeln Weil bei ihr kostet Nicht so viel, so jetzt gucken wir mal, wie die Waffe aussieht Nö, hat sich nicht beinert So, ich werde sowieso nur ihre Kick angefangen mit der Eimwaffe benutzen Aber sie kann schon wieder ihre Leben erhöhen Er braucht sein Leben eigentlich nicht Sie braucht wirklich Leben Also Dumm, 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 dumm Ja Bekommt zwar immer sehr wenig Aber Brauch sie Mal gucken sie mal seinen beiden an Ich sehe irgendwie gar keinen Unterschied Sie sieht irgendwie nicht länger aus Weil das ist wahrscheinlich zu uns Spannende Da hat sie mir Hat sie mehr Leben jetzt? Der tausend mehr Leben Das sieht man irgendwie nicht Oh nein Oh nein Wer Der Rott Erkoll Ich habe noch sollte ich auch mal öfter einsetzen im Kreis Aber Er ist irgendwie so schwer zu treffen Ich habe das Gefühl da ist noch was himmlische strahlung stellt kam er gibt den zu alle kamen kamen kaputt okay ja ah ok dann sollte ich auch mal aufmachen oder ob ich noch eine um verdammt war jetzt irgendwo anders noch eine jetzt wäre nicht gesehen egal sollte ich so mal zum speichern noch mal begeben und da ist noch ein gegner was jetzt wird schon überlebt sagt sehr schön du auch weg mit der weg mit ich da weiß ja irgendwo noch natürlich kaputt haben konnte ich meine ja ja hier ist keine doch irgendwie jetzt nicht so ausgeweiten ups tschuldigung dafür die laterne umgeworfen mann ach das muss ich machen ok ok ja da muss ich hin weil sie haben 19 minuten die eine minute wir waren später darum ich war einfach von hause eingehen wir sind dann die anderen wege noch schnell was da ist wohl da ist ja nichts mehr das war mal die paar sekunden jahr ablaufen schaden geht nicht hier weiter und ja nichts passieren wenn die abläuft naja ist ja noch einmal game over muss ein bisschen schaden die switch reicht ökonom bänke an der ist auch okay so zeige er mich was passiert wenn ich zeitlich anhalte oh mein gott das dinge wieder zu ja wenn man eigentlich hier raus springen ja da wir speichern jetzt hier und ich sehe euch dann in der nächsten folge von let's play genji days of the blades ich bedanke mich alle herzlich zuschauen sagt tschüss bis zur nächsten folge